Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute geht es um moderne Inheritance, das heißt moderne Vererbung. Und ja, man braucht für Vererbung in den meisten Fällen, würde ich mal behaupten, Klassen. So, deswegen bauen wir uns hier erstmal ein paar Klassen zusammen und zwar einmal eine Class Base. Und ja, wir fangen an mit etwas, was nicht unbedingt mit Vererbung zu tun hat, sondern was einfach mit einer einzelnen Klasse zu tun hat, nämlich dem sogenannten Delegate Constructor. Der Delegate Constructor ist quasi eine angenehmere Art und Weise, Dinge zu bauen, damit sie eben auch nicht mehr so oft beim Refactoren Probleme machen. Ich mache dazu mal ganz kurz ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben hier, ups, wir haben hier einen IntValue, ja, IntVal1 und wir haben ein IntVal2. So, und der IntVal2, den setzen wir am Anfang direkt auf 0 und der IntVal1, der soll initialisiert werden in unserem Konstruktor. So lange haben wir das hoffentlich alle schon mal gesehen und das sollte auch überhaupt kein Problem für uns sein. Das heißt, wir sagen hier IntVal1 ist gleich 42. So, jetzt wollen wir aber noch einen zweiten Konstruktor haben und dieser zweite Konstruktor, ich mache das hier mal kurz nach unten, der zweite Konstruktor soll bitte mir meinen Value 1 genauso setzen wie der Base Konstruktor, meinen Value 2 nach Parameter. Das heißt ungefähr sowas, Base und ja, jetzt bekomme ich hier natürlich einen Parameter, das sollte auch noch kein Problem sein. Ich glaube, das hat auch schon mal jeder gesehen und ja, jetzt können wir hierher gehen und natürlich Value 1 gleich 42 schreiben und Value 2 auf Value 2 setzen. So, und jetzt haben wir natürlich ein Problem, denn wenn, also nehmen wir jetzt einfach mal an, dass dieser Value 1 hier komplex berechnet wird, okay, und da werden noch Überprüfungen gemacht, ob der eigentlich vom Typen her in Ordnung geht oder ob da irgendwas Schlimmes dabei passiert, ob da irgendwelche Exceptions passieren und so weiter und so fort, irgendwelche komplexen Dinge eben. Und ja, das Ganze müssten wir jetzt hier für diesen Base Konstruktor mit einem IntValue 2, müssen wir das einfach kopieren. Das heißt, wir würden hier Copy-Pasten. So, ich glaube, es ist mittlerweile bekannt, dass man als Programmierer möglichst nicht Copy-Pasten soll, sondern das Ganze auslagern sollte in eigene Funktionen, denn wenn ich jetzt hier irgendwas Komplexes dran ändere, sprich, der Wert ändert sich von 42 auf 1337 als Standardwert, dann darf das natürlich eigentlich nicht sein, denn ja, jetzt habe ich hier zwei unterschiedliche Werte, also sprich, ich muss das Ganze nochmal neu Copy-Pasten und uff, ich habe schon den ersten Copy-Paste-Fehler sozusagen gemacht. Das Problem ist, ich weiß vielleicht auch gar nicht, wo ich meine Anpassung immer ändern muss, wenn ich nicht den kompletten Code schon mal gesehen habe. Es könnte ja auch sein, dass noch irgendwas mit Vererbung passiert und so weiter und so fort. Und das ist natürlich wirklich, wirklich unschön. Deswegen hat man sich bei T++11, war das soweit ich weiß, gedacht, hier, man könnte doch eigentlich das Ganze auslagern. Und zwar, naja, man hat ja den Code schon mal geschrieben, man braucht dazu ja keine separate Funktion. Ich kann ja einfach meinen Base-Konstruktor verwenden. Und das kann man so machen. Und das Ding nennt sich der Delegate Constructor. So, und ja, das kann ich natürlich jetzt natürlich auch mit allen möglichen Werten machen, die ich hier bauen möchte. Also zum Beispiel IntValue 3. Der kann natürlich hier nochmal separat angegeben werden. So, das heißt, ich kann hier auch sagen, Base von IntValue 2 und IntValue 3. Und ich rufe natürlich jetzt nicht meinen Base-Konstruktor auf, weil ich müsste ja sonst auch die komplexe Berechnung für Value 2 nochmal machen. Also zum Beispiel überprüfen, ob der in einem gültigen Bereich liegt, etc. Das darf ich natürlich eigentlich auch nicht machen. Sprich, ich sollte nicht Copy-Pasten. Sprich, was ich tue, ist, ich sage natürlich Base von Value 2. Was im Endeffekt so folgert, dass nicht dieser Konstruktor aufgerufen wird in diesem hier. Also ich mache mal den hier ganz kurz fertig, dann sehen wir das besser. Ei, ei, ei. Weil 3 ist gleich Value 3. So, und was das jetzt zur Folge hat, ist natürlich, wir haben hier den Base-Konstruktor. Also wenn wir den hier aufrufen, dann rufen wir gleichzeitig auch den Base von Value 2 auf. Das ist jetzt nicht der hier oben, weil der akzeptiert keinen Int-Wert, sondern natürlich der hier. Und der hier, ja, der ruft natürlich den Base-Konstruktor auf und der wiederum setzt den ersten Value. So, und das heißt, ich habe die ganzen Berechnungen ausgelagert und immer nur das Allernötigste an Code geschrieben. Sprich, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas Refactored wird, was Value 1 oder 2 oder auch 3 angeht, kann ich das an einer Stelle ändern und muss nichts mehr irgendwie machen, was damit zu tun hat. Und das ist natürlich super, super angenehm. So, wir wollen uns jetzt mal ganz kurz hier einen Base B3 erstellen, zum Beispiel, weil er drei Werte nimmt. Und zwar sagen wir hier einmal natürlich 1337 und 1338. Und, ja, da sagen wir jetzt einfach mal Semikolon und dann sagen wir hier, ein Cout ist angebracht. B3.Value1, B3.Value2 und vielleicht mache ich noch dazwischen ein paar Endlines. Endline und Endline und B3.Value3 und dann natürlich noch mal ein Endline und fertig sind wir. So, wenn wir uns das jetzt mal angucken, dann funktioniert das natürlich so, wie wir es geplant hatten. Äh, ups, nur, dass ich hier oben noch die 42 nicht wieder eingetragen habe. Und ja, wir bekommen natürlich alle drei Werte wieder. Das heißt, ganz normal, so wie wir es eigentlich auch erwarten würden. Nun, wie gesagt, eben zum Warten ist diese Art und Weise zigtausendmal besser. So, jetzt wollen wir natürlich noch ein kleines bisschen mehr machen. Und zwar habe ich auch schon angeteasert, dass es heute ein bisschen um Vererbung gehen wird. Und zwar gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Konstruktoren mit zu vererben. Die kennen wir schon, aber es gibt eine neue Variante, sie zu nutzen. Und die heißen Inheritance Constructors. So, dazu bauen wir uns mal eine Class Sub und, ähm, ja, mit Public, äh, also die erbt natürlich von der Public, äh, oder sie erbt Public von der Base Class und macht im Endeffekt nichts. Also die Klasse macht einfach gar nichts. Was sie jetzt im Endeffekt an Code haben muss, ist, wenn sie eigentlich wirklich nur den Base Konstruktor hier erbt, also den Konstruktor von der Base Klasse erbt, dann kann ich hier einfach hergehen und sagen, using Base, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Base, Klammer, Klammern, äh, ohne Klammern, mit einem Semikolon hinten. So, und jetzt kann ich hier natürlich hergehen und kann hier einfach mein, ähm, mein Objekt umwandeln in ein Subobjekt. Und ja, im Endeffekt hat sich natürlich nichts geändert. Ähm, es funktioniert immer noch genau gleich, aber ich habe hier jetzt mein, also mein Objekt ist jetzt natürlich von der Subklasse. Und da kann natürlich noch weitere Funktionen drin sein und so weiter und so fort. Aber wenn ich die Konstruktoren wirklich nur kopieren würde, also wirklich einfach nur genau dasselbe machen würde, sprich, ich würde hier sagen, okay, sub, Klammer, Klammer, hier bitte ruf Base auf Base, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Base, Klammer, Klammer, so, ähm, also sowas quasi. Das wäre super, super, äh, ja, so nicht, aber egal. Ähm, wenn ich quasi einfach nur den Konstruktor aufrufen würde, ähm, von der Oberklasse, dann wäre das einfach nur doppelter Code, beziehungsweise unnötiger Code, den ich nicht schreiben müsste, eben Boilerplate-Code. Und deswegen gibt es hier das Schlüsselwort Using, was mir das Ganze wirklich stark erleichtert. Und ja, das ist schon sehr, sehr angenehm und wie gesagt, ähm, ist auch für die Wartbarkeit deutlich besser, wenn ich eben immer nur an einer Stelle den Code verändern muss und sonst nichts machen muss. Deswegen hier definitiv zwei Schlüsselwörter, die wichtig geworden sind. Gut, das war's soweit von meiner Seite. Ähm, nächstes Mal geht's um, ja, zwei Schlüsselwörter, Final und Override. Und, ähm, genau, falls Fragen sind, immer gerne schreiben und, ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.